Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Anschab mit einem Sieg im Top-Spiel auf den dritten Platz zu springen und nach Punkten zum 2. Darmstadt aufzuschließen, sind ja wir Schalker mit der 1-2-Niederlage am Samstag beim FC St. Pauli auf Rang 8 abgerutscht. Noch ist die Ausgangsposition mit dem Aufstiegsrennen zwar ordentlich, doch stehen gegen den 1. FC Nürnberg und bei Mambo HSV noch vor Weihnachten zwei richtungsweise Duelle mit aktuell besser plätschten Klubs an, in denen gepunktet werden sollte. Und um gegen den Klub und auch beim HSV die Hoffnung der Ausmutter einfahren zu können, muss Schalke im Vergleich zum Gastspiel am Millern-Tor sicherlich in der Offensive noch einmal zulegen. Das allerdings könnte durchaus problematisch werden, denn während Simon Tirodde eher sicher bis Weihnachten fehlen wird, steht auch hinter der Rückkehr von Marius Bülter ein dickes Fragezeichen. Der Neurzugang von Nürnberg, der mit sechs Toren und sechs Vorlagen eine wirklich gute Dessource spielt, musste am Samstag wegen Aufmerleger-Butwert in Folge seiner Booster-Impfung verzichten und konnte nicht spielen. Und laut Kicker ist der Einsatz Bülters auch wieder schon am Freitag stattfindendes Spiel gegen Nürnberg durchaus ungewiss. Mit Marvin Pieringer sowie Rufat Dardaschoff als zweiten Mannschaft von Kicker Top aus der U19, die ja beide auf St. Pauli Zweidiger-Debüt feierten, blieben in Abwesenheit von Tirodde und Bülter nur drei auf Zweidiger-Niveau weitgehend unerfahrene Stürmer. Von denen sicher keiner Wunderdinge zu erwarten haben kann. Unverkennbar ist aber natürlich auch in aktuellen Situationen Handlungsbedarf im Angriff, um den aber auch die Verantwortlichen mit Rufenschröder an der Spitze sicherlich wissen. Denn die wollen in dem Fall neben nach längst den winterlichen Stürmermarkt sondieren und dann soll auch im Januar ein neuer Angreifer kommen. Bis dahin ist Bülter hoffentlich wieder fit, aber gegen Nürnberg könnte es eng werden. Ich hoffe dann auf jeden Fall neben Marvin Pieringer auf Kicker Top, weil der mir in seinen paar Minuten echt gut gefallen hat. Eure Meinung zu unserer Doppelspitze gegen Nürnberg? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!